Im heutigen Video schauen wir uns sehr volatile Werte an, unter anderem die AMC und die GameStop Aktie, aber auch drei Cannabis Werte, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Wie immer erwartet euch eine detaillierte Chartanalyse und meine persönliche Einschätzung. Mich würde es freuen, wenn ihr unter dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdet und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Wir fangen an mit den Cannabis Werten, denn der Cannabis Sektor performt heute sehr gut. Wir sehen es hier auf der rechten Seite. Symbiotic, Tilray und Canopy Growth, alle drei zweistellig im Plus. Als allererstes schauen wir uns die Symbiotic Aktie an, denn da habe ich ja vor kurzem bereits ein Video gemacht, als wir mitten in diesem starken Preisanstieg waren. Damals ist Symbiotic vom Tief bis zum Hoch um knappe 100% gestiegen. Was ist seitdem passiert? Ihr seht es, an der grünen Linie wurden wir wieder abverkauft und zwar sehr stark abverkauft, sodass wir fast wieder an diesem Tief gelandet sind. In Prozent waren es hier 46%. Aber was genau ist jetzt diese grüne Linie auf dem Chart? Und zwar habe ich während dem Preisanstieg bei uns im Discord mitgeteilt, dass wir genau im Bereich der grünen Linie gegen die 200er Moving Average Linie laufen werden und an dieser Stelle ein starker Widerstand zu erwarten ist. Ja, was haben wir gesehen? Genau an der 200er wurden wir auch wieder abverkauft. Wer an dieser Stelle also Profite genommen hat, erstmal Glückwunsch dazu. Wer weiterhin investiert ist, auch nicht so schlimm, denn aktuell sieht Symbiotic weiterhin recht positiv aus, obwohl das Ganze wieder abverkauft wurde. Für diejenigen, die neu auf dem Kanal sind und sich fragen, was das für graue Linien hier auf dem Chart sind. Die grauen Linien waren unsere Kaufziele, nachdem Symbiotic aus diesem Pattern nach unten ausgebrochen ist. Da haben wir gesagt, in diesem Preisbereich erwarten wir eine Bodenbildung und möchten hier langfristig bei Symbiotic einsteigen. Das heißt, wer an allen drei Preiszielen gekauft hat, der hat seinen Durchschnittseinkaufspreis irgendwo in diesem Preisbereich. Sollte jetzt also wieder bei Plus, Minus, Null sein oder ganz knapp im Plus, je nachdem, wo man natürlich gekauft hat. Manche waren vielleicht so geduldig und haben erst hier und nein gekauft. Dann wäre man entsprechend bis zu diesem Hoch bei 140% Plus und bis zum aktuellen Preislevel 60% im Plus. Ja, aber erstmal genug zur Historie. Wie soll das denn hier jetzt weitergehen? Wie gesagt, die heutige Tageskerze sieht bei Symbiotic recht positiv aus. Wichtig ist, dass wir über dieser Bärenflagge schließen mit der Tageskerze. Wir stehen aktuell bei knapp 6 Euro. Sollten nicht unter ein Preislevel von 5,40 Euro fallen. Das wäre genau die Grenze hier. Wenn Symbiotic jetzt also in diesen Preisbereichen heute schließen sollte, dann bin ich hier kurzfristig erstmal positiv eingestellt. Langfristig bin ich hier sowieso positiv eingestellt, denn ich bin in der Aktie investiert und habe eben in diesen Preisbereichen nachgekauft. Ich denke auch, dass hier langfristig deutlich mehr gehen könnte, je nachdem, wann das grüne Zeug bei uns legalisiert wird. Aber kurzfristig sieht es hier, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, auf jeden Fall positiv aus. Wer erst vor kurzem bei Symbiotic eingestiegen ist und hier nicht allzu viel riskieren möchte, der sollte sich unter einem Preislevel von 4,73 Euro ausstoppen lassen. Also unter dieser roten Linie. Für diejenigen, die langfristig investiert sind, ist das nicht ganz so wichtig. Aber für diejenigen, die das Ganze nur kurzfristig traden möchten, ist es auf jeden Fall wichtig, sich klare Stop Losses zu setzen und nicht in einer Position ewig zu verbleiben. Denn man weiß natürlich nie, wann so eine Position wieder nach oben läuft. Gerade bei Cannabis-Aktien kann es durchaus noch ein bisschen länger gehen, bis wir hier wirklich signifikante Anstiege sehen werden. Klar, die Aktien sind wie gesagt volatil. 30% oder 12% an einem Tag ist auch schon sehr viel. Aber langfristig gesehen sprechen wir hier nicht nur von 100, sondern von 200, 500 oder Richtung 1000%. Das heißt, das, was hier aktuell passiert, kann man kurzfristig mittraden. Langfristig geht hier aber auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Dann springen wir direkt zu Tilray, denn auch hier haben wir heute eine sehr interessante Preisentwicklung. Natürlich auch hier in den letzten Jahren ganz klar ein extremer Abverkauf, wie bei fast allen Cannabis-Aktien. Aber kurzfristig haben wir hier eine sehr interessante Chart-Formation, denn wir haben hier unten eine Bodenbildung. Und zwar eine Bodenbildung in Form von einem bullischen Falling Wedge mit einem Fake-Out, muss man dazu sagen. Also nachdem wir hier wieder in dieses Wedge reingekommen sind, war das bereits ein Kaufsignal. Und dieses Kaufsignal wurde anscheinend auch von einigen Investoren genutzt, denn die Aktie hat seitdem mit einem Gap nach oben eröffnet und ist nicht mehr in die Bereiche dieses Gaps gefallen, war also ein Gap and Go. Wir haben hier einen schönen Preisanstieg vom Tief bis zum Hoch, auch knapp über 100%. Mit der heutigen Tageskerze machen wir bereits ein neues, höheres Hoch, haben damit gleichzeitig auch ein bullisches Breakout aus diesem bullischen Pattern. Und damit steigt die Wahrscheinlichkeit gerade sehr, dass Tilray in den nächsten Wochen ein Preislevel von 4,50 Dollar anlaufen wird. Genau da liegt nämlich mein nächstes bullisches Preisziel. Voraussetzung ist natürlich, dass wir über der orangenen Linie schließen, möglicherweise hier nochmal runterkommen, um die Linie als Support zu bestätigen und dann mit einem neuen höheren Hoch weiter nach oben laufen. Auch hier also insgesamt ein sehr schönes und positives Chartbild. Da der Wert natürlich ebenfalls sehr volatil ist, wäre mein bullisches Szenario erst dann invalidiert, wenn wir unter diese rote Linie fallen würden, also 2,13 Dollar. Ansonsten sieht es hier wie gesagt sehr gut aus und falls ihr euch fragt, was ihr machen sollt, wenn ihr irgendwo in diesen Preisbereichen eingestiegen seid, ist natürlich keine Anlageberatung, aber ich persönlich würde die Aktie weiterhin halten. Erst im Preisbereich der 4,50 Dollar könnte man sich überlegen, ob man nicht mal ein bisschen Teilprofite mitnimmt. Und der dritte Cannabiswert, den wir uns heute anschauen, die Canopy Growth Aktie. Heute auch knappe 40% im Plus. Das letzte Signal hier bei uns in der Discord VIP Gruppe war der folgende Chart. Ich habe geschrieben, dass wir hier auf den kleineren Timeframes nach oben ausgebrochen sind. Aktuell die grüne Supportlinie am Retesten sind und ich erwarte hier einen Preisanstieg. Wir gehen jetzt auf die Live Charts und schauen uns an, was seitdem passiert ist. Canopy hat sich hier noch ein bisschen Zeit genommen, um etwas seitwärts zu traden, aber in den letzten 2-3 Tagen haben wir hier das nötige bullische Momentum reingekriegt und damit ist diese Analyse auch wieder schön aufgegangen. Also Glückwunsch an alle, die in diesen Preisbereichen vielleicht nochmal Canopy nachgekauft haben. Aktuell knappe 40% im Plus, wie gesagt. Und wir müssen hier aber ein Stück weiter raussuchen, denn wie wir wissen, wurde Canopy in den letzten Monaten immer tiefer und tiefer abverkauft und keiner wusste so genau, wo denn genau jetzt der Boden ist. Eine Sache ist hier ganz wichtig, wir haben das letzte Hoch bei 90 kanadischen Cent und genau da in diesem Preisbereich bekommt Canopy aktuell auch Probleme. Wichtig wäre es jetzt also für ein weiterhin bullisches Szenario, dass wir über dieses Hoch nach oben ausbrechen und dann in diese grüne wichtige Supportzone reinlaufen. Die alte Supportzone wird allerdings auch wieder zu einem Widerstand. Gemerkt also, die Aktie hat noch einiges vor sich. Man sollte jetzt nicht zu euphorisch werden, nur weil wir heute knappe 40% gemacht haben. Man darf natürlich nicht vergessen, wie tief die Aktie denn in den letzten Monaten gefallen ist. Übergeordnet, wenn man sich das anschaut, dann ist es nur eine ganz kleine Erholung. Wenn wir irgendwann wieder über diese grüne Supportzone drüber kommen sollten, dann können wir uns schon mittel- bis langfristig etwas bullischer positionieren. Aktuell aber wie gesagt, der nächste Widerstand bei 90 kanadischen Cent. Und die wichtige Supportzone, die jetzt ein Widerstand sein wird, beginnt bei 1,15 bis 1,80, ebenfalls kanadische Dollar. So und jetzt kommen die ganz volatilen Werte. Ich habe heute mal Tupperware mit reingenommen, denn dort gab es bei uns zuletzt ein kleines Kaufsignal, kann man so sagen, in der Discord-VIP-Gruppe. Ich habe zwar dazu geschrieben, dass das Ganze mit sehr hohen Risiken verbunden ist, deswegen sollte man nur, wenn, dann mit ganz kleinen Beträgen reingehen. Aber Tupperware befindet sich hier nach dem letzten sehr starken Preisanstieg, wir messen es kurz mal ab vom Tief bis zum Hoch, waren das knappe 900%. Jetzt wieder um ungefähr 60% korrigiert, befindet sich aktuell genau im Golden Pocket, außerdem genau an der übergeordneten Supportlinie. Und da kann man durchaus erwarten, dass Tupperware von hier aus weiter steigen wird. Die übergeordneten Preisziele liegen hier bei 12,59, 20 US-Dollar und nochmal ganz weit oben bei 38 US-Dollar. Das allerdings alles in ferner Zukunft, dafür müssten wir auf jeden Fall mal das letzte Hoch bei knapp 6 US-Dollar rausnehmen. Aktuell sieht es weiterhin gut aus für diejenigen, die hier eingestiegen sind. Wir halten noch das Fibonacci Golden Pocket. Könnte also sein, dass wir jetzt in den nächsten Tagen wieder mit dem Aufwärtstrend fortfahren werden. Eine 100%ige Garantie gibt es hier natürlich nicht, aber wie gesagt, für die, die bereits eingestiegen sind, sieht es aktuell erstmal gut aus. Wer sich hier absichern möchte, der sollte sich ausstoppen lassen unter einem Preis von 2 US-Dollar. Und das ist eigentlich auch alles, was man zu Tupperware aktuell sagen kann. Falls ihr euch fragt, wie viel Tupper in Prozent machen könnte bis zum letzten Hoch, wären das knappe 126% bis zum ersten Ziel 380% und bis zum zweiten Ziel fast 700%. Aber das wie gesagt nur als Zock, nicht als Investment betrachten und wenn man hier mitzockt, entsprechend mit kleinen Geldbeträgen reingehen. So, der nächste Kandidat ist die GameStop-Aktie. Wurde in den letzten Monaten immer weiter abverkauft. Wir hatten hier bei den inzwischen grauen Preiszielen unsere Zielzone für diesen Abverkauf. Hier seht ihr nochmal ein Screenshot vom 1. August aus der Discord-Gruppe, wo wir die bärischen Preisziele definiert haben, damit keiner sagen kann, dass wir die Preisziele im Nachhinein eingefügt haben. Auf jeden Fall hat GameStop jetzt auch das letzte technische Preisziel abgeholt und befindet sich seitdem in einem Aufwärtstrend vom Tief bis zum Hoch, haben wir hier knappe 20%. Wie wird das hier aber weitergehen? Und zwar ist es ganz wichtig, jetzt auf diese rote Linie zu schauen. Das ist unsere Downtrend-Linie, wo wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder gegen einen Widerstand laufen werden. Zum aktuellen Zeitpunkt wäre der Widerstand ungefähr im Preisbereich der 19,90$. Da müssten wir dann schauen, ob GameStop es schafft, hier nach oben auszubrechen. Falls ja, wäre es auf jeden Fall schon mal positiv. Wenn wir hier aber nochmal rejected werden sollten, dann hätten wir den wichtigen Support erst wieder im Bereich der 16,00$ bis 15,50$. Darunter dürfen wir aber auf keinen Fall, denn wenn wir einmal rauszoomen, dann sehen wir, dass in diesen Preisbereichen kaum Support da ist. Das heißt, wenn GameStop unter 15,40$ fallen sollte, dann könnte es hier in kurzer Zeit um weitere 20-30% nach unten gehen. Aber aktuell sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ich würde die Situation jetzt als neutral bewerten. Wenn wir nach oben ausbrechen, sind wir wieder bullish. Wenn wir rejected werden, sind wir kurzfristig bärisch bis zu diesem Support. Und dann müssen wir eben schauen, wie es hier weitergehen wird. Und zu guter Letzt AMC. Als ich das letzte Video zu AMC gemacht habe, befanden wir uns noch in diesem übergeordneten bullish und falling wedge. Leider sind wir danach nach unten ausgebrochen, was kein gutes Zeichen war. Und damit war es fast schon klar, dass wir noch weiter nach unten fallen werden. Und zwar in die Preisbereiche des Allzeittiefs. Das liegt aktuell bei 10,35$. In diesen Preisbereichen haben wir jetzt mehr oder weniger einen ersten Boden gefunden. Dafür gehen wir jetzt einmal auf den 1-Stunden-Chart und schauen uns an, was denn hier genau passiert. Und zwar sieht es auf dem 1-Stunden-Chart leider bisher noch nicht ganz so positiv aus. Wir haben hier das Breakout gesehen. Also hier erstmal an dieser Stelle haben wir gesehen, dass die orangen Linie schön respektiert wurde. Dann eben leider nach unten ausgebrochen. Wurden weiter abverkauft in die Bereiche des Allzeittiefs. Das tiefste Tief hatten wir hier allerdings bei 10,72$. Also noch ein kleines bisschen entfernt von den 10,35$. Sind jetzt wieder hochgelaufen. Haben hier auf dem 1-Stunden-Chart einen kleinen doppelten Boden gebildet. Und sind seitdem um knappe 30% gestiegen. Was mir aktuell aber nicht gefällt bei AMC ist, dass wir die letzten zwei 1-Stunden-Kerzen genau unter der orangen Linie geschlossen haben. Das heißt, die Bären sind hier immer noch stärker. Wir schaffen es im Moment noch nicht nachhaltig über diese orangen Linie drüber zu kommen. Und das ist wirklich die Voraussetzung dafür, dass AMC weiter steigen kann. Das heißt, das Durchbrechen des Widerstands bei 14 US-Dollar ist auf jeden Fall ein Muss. Damit wir hier bei AMC in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin steigende Preise sehen könnten. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass wir an dieser orangen Linie wieder abgewiesen werden. Und wieder langsam nach unten abverkauft werden. Und das Allerschlimmste natürlich, wenn wir das letzte Tief durchbrechen würden. Damit hätten wir ein bestätigtes bärisches Breakout. Und wenn die 10,35 Dollar nicht halten sollte, ja das wäre das Worst-Case-Szenario. Das würde bedeuten, dass die Aktie weiter fallen wird. Und dass wir wieder Preise im einstelligen Dollar-Bereich sehen, obwohl wir vor kurzem erst einen Reverse-Split hatten. Im Moment können wir also nichts tun, außer das Ganze weiterhin zu beobachten. Ich werde euch hier natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Wenn ihr hier täglich up-to-date bleiben wollt, dann kommt auf jeden Fall zu uns in den Discord. Ansonsten sehen wir uns dann schon bald wieder bei einem neuen Video. Zu diesem Video war es das erste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem Daumen nach oben unterstützt, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ich verabschiede mich hiermit und wünsche euch eine angenehme Restwoche. Das war es von mir. Ciao, ciao.